Hallo ihr Lieben, wir sind zwar auf dem Rückweg, ich wollte es aber trotzdem informieren, wir waren im Zoo, im Kölner Zoo. Ich habe viele Bilder gemacht und so zwei, drei Videos und ja, die seht ihr jetzt gleich. Viel Spaß dabei, tschüss. Die Bären ein bisschen beim Baden filmen. Das ist eine Ente, ne? Was ist das? Das ist ein schönes Tier. Guck mal, der hat einen Ball da drin. Ist der nass, Maus? Ja. Warum ist der nass? Gegen dem Wasser, ne? Jetzt müsste er wieder schwimmen. Zahl gemütlich, der eine läuft da vorne, schwimmt hinter der Ente, ja. Ist doch ein Bär, ne? Guck mal, der schwimmt wirklich auf die Ente zu. Guck. Hat der Ente ein bisschen Angst gemacht. Du hast deinen Hut. Guck mal, da kommt der Bär wieder zurück. Wie ist ein Video, Maus? Ich habe den Leuten ja versprochen, wenn wir unterwegs sind auch. Wie tust du, Maus? Mh. Ja. Und jetzt habt ihr was. Kannst du nicht ausstimmen? Mama? Den kannst du nicht in den Arm nehmen. Papa? Papa auch nicht. Mama? Nee. Die fressen die Mama auch. Papa, wir könnten ihn zwar einmal in den Arm nehmen, dann sind wir aber weg. Ganz gut, jeneisig. Ich gehe jetzt zum anderen nach dem Aufmaß. Eww, guck mal, der schlumpft an der Kacke. Was ist das denn? Ich gehe jetzt zum anderen nach dem Aufmaß. Untertitelung. BR 2018 Das ist der Ringelschwein vom Schwein, ne? Ja? Ja! Da kommen die leckeren Würstchen her! Ja! ich bin dafür richtig von ist noch eins das kann ich den armen gehen der papa kann das auch nicht in den armen Nein, die Mama auch nicht. Kein Problem. Nee, Hannah. Nicht auf dir. Gibst du mir bitte dann die? Das ist auch kein Hund, Hannah. Du bist wie der Papa, du möchtest auch mal alles haben. Guck mal jetzt gerade am Strunloch. Guck mal jetzt gerade am Strunloch. Guck mal jetzt gerade am Strunloch. Vielen Dank.